Es ist 4 Uhr. Ich habe jetzt losgemacht in Belfast und mein Ziel ist die Isle of Man. Schauen, ob das alles klappt. Von der Strömung her musste das alles gut klappen. Gucken, wo uns das heute hinführt. Wind ist gut. Die Isle ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020